Wir haben Handwerker aus verschiedenen Bereichen eingeladen und ihnen verschiedene Fragen gestellt. Und das waren ihre Antworten. Du kannst dich immer weiterentwickeln. Natürlich machst du deinen Gesellen als erstes. Und danach hast du Möglichkeiten, noch deinen Meister zu machen. Du kannst danach studieren, du kannst einen Ingenieur machen. Und man hat ja auch die Möglichkeiten, sich selbstständig immer wieder zu machen. Und ich leite eine Filiale. Deswegen würde ich sagen, das Handwerk bietet allen einfach extrem große Chancen.